Hugo Larson steht vor einem Wechsel zu Eintracht Frankfurt. Das berichtet zumindest Transfer-Insider Fabrizio Romano, der in der Regel bestens informiert ist. Als Ablöse sollen dem Vernehmen nach 11,5 Millionen Euro für den 18-Jährigen nach Malmö fließen. Der Medizin-Check ist bereits absolviert, dementsprechend steht der Vertragsunterschrift nichts mehr entgegen. Innerhalb der nächsten Woche soll der Deal dann auch offiziell bekannt gegeben werden. Es sei denn, der Mond fällt noch irgendwie auf die Erde, wir haben es ja bei Isco im letzten Transferfenster erlebt. Aber sowas ist natürlich eine absolute Seltenheit. Und ja, damit dürfen sich die Frankfurt-Fans auf ein extrem spannendes Talent mit viel Potenzial freuen. Er hat eine gute Ballkontrolle, ist stark darin Bälle abzufangen, gute Körpertäuschungen, präzise Seitenverlagerungen und auch seine Physis ist ebenfalls eine Stärke, die der SGE gut zu Gesicht stehen wird. Mal sehen, ob er seine Fähigkeiten dann auch schnell dem Tempo der Bundesliga anpassen wird. Höchstwahrscheinlich wird Larsson dann der Nachfolger für Djibril Sow werden, der die SGE für eine Summe zwischen 15 und 20 Millionen aller Voraussicht nach verlassen wird. So ein bisschen Risiko sehe ich schon bei dem Transfer, denn so eine Summe ist für Eintracht Frankfurt eben kein Kleingeld. Von daher muss man da echt vom Spieler überzeugt sein. Und wir können gespannt sein, ob sich dieses Risiko am Ende des Tages auch lohnen wird. Aber zuletzt hatte man ja immer wieder ein gutes Händchen für den ein oder anderen Transfer. Von daher denke ich, dass man den Ganzen positiv entgegenblicken kann. Ihr könnt euch auf jeden Fall mal ein Skill- und Highlight-Video zu ihm anschauen. Das werde ich definitiv in die Videobeschreibung verlinken. Schaut da einfach mal rein. Da bekommt ihr dann die ersten Eindrücke. Und den Rest sehen wir dann, wenn er sein erstes Spiel absolviert. So und jetzt kommen wir zur zweiten Nachricht. Und zwar soll ebenfalls die Entscheidung endgültig fix sein, dass Rafael Guerreiro den BVB ablösefrei verlassen wird. Das Angebot von Borussia Dortmund zur Verlängerung über zwei Jahre mit Option auf eine weitere Saison zu 5,5 Millionen Euro Jahresgehalt soll er abgelehnt haben. Und auch hier deutete schon länger einiges darauf hin, dass er den BVB verlassen wird. Zur Winterpause roch es ja noch eher danach, dass der BVB selbst nicht verlängern möchte. Aber als er dann doch nochmal gezündet hat, da hat sich das Blatt aus Dortmunder Sicht gewendet. Dann deutete vieles wieder auf eine Verlängerung hin. Vor zwei Wochen dann aber erste Bilder, wo man ihn bei einem vermeintlichen Umzug sah. Ja, entsprechend ist diese Nachricht jetzt wahrscheinlich für die meisten keine allzu große Überraschung. Dennoch, Guerreiro war in meinen Augen einer der besten Techniker überhaupt im BVB-Kader. Und ich sag's euch, wie es ist, ihn wird man nicht so leicht ersetzen können. Andererseits hatte er in der Vergangenheit auch immer mal wieder mit Leistungsschwankungen oder Verletzungen zu kämpfen. Wie man seinen Abgang jetzt am Ende bewerten möchte, das liegt dann meiner Meinung nach an der individuellen Ansicht des Betrachters. Was ich denke, da kann man jetzt in beide Richtungen argumentieren. Aber naja, im Grunde bedeutet das jetzt also, dass der BVB neben Bellingham auch einen Nachfolger für Guerreiro finden muss. Hier können wir also ebenfalls noch einen richtig spannenden Transfersommer erwarten. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann lasst dem Video doch gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da. Kostet euch gar nichts und hilft mir enorm weiter. Und ansonsten würde ich sagen, macht's wie immer besser und bleibt am Ball.